Hi, ich bin La Bamba und ich bin Quaseltonia und wir sind die Schokofrösche und heute gibt's mal wieder Schokotratsch. Juchu. Der erste Schokotratsch, wo wir beide 30 sind. Ja, das ist jetzt hier der 60er-Club, also weil wir zusammengezählt 60 sind. Ja, die grauen Haare werden nicht weniger. Nee, deshalb habe ich hier ja Strähnchen färben lassen, damit es nicht so auffällt. Das ist sehr praktisch, ja. Das ist noch gar nicht so lange her. Tatsächlich, ich bin ja blond, sieht man die grauen Haare eh nicht so sehr, Gott sei Dank. Nee, und ich habe dunkle Haare und man sieht die sehr gut und aber jetzt, wo ich so Strähnchen reingemacht habe, also so Highlights, fällt's, also mir persönlich fällt's jetzt nicht mehr auf und ich glaube, ich war vorher schon sehr kritisch mit mir und ich glaube, jetzt sieht es wirklich gerade keiner. Ja, ist ein bisschen schade. Ich wollte gerade sagen, das fällt mir bei dir auch eigentlich gar nicht auf. Ja, aber doch, also ich war kurz nach meinem Geburtstag beim Friseur und es war schon, man konnte das gut sehen. Vor allem, wenn ich Zöpfe getragen habe und so das Deckhaar so anders lag. Also man hat's schon gesehen. Und meine Friseurin hat auch gesagt, du wirst grau. Also man konnte es wohl erkennen. Okay. Ja, aber ich muss sagen, die 30 fühlen sich bisher noch nicht so anders an als die 29. Nee. Aber es ist schon eine Nummer. Aber ich fühle mich manchmal auch eher wie 23. Ja, das stimmt, ich eigentlich auch. Und ich fände es auch nicht schlecht, wenn ich jetzt nochmal 25 wäre oder so. Ja. Damit ich einfach von meinem aktuellen Lifestyle mehr habe. Ja. Ich sag mal so, ne? Die biologische Uhr, sie tickt. Ja. Sie macht TikTok. Tick, 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 Tick. Ja, aber wirklich. Ja. Nee, aber sonst kann man's gut verdrängen, sag ich mal so. Ja, man denkt ja auch nicht 24-7 darüber nach, wie alt man ist. Also das habe ich nicht mit 21 getan. Ja, aber es sprechen einen doch relativ viele Leute darauf an, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Weil 30 halt schon was Besonderes ist. Aber ich habe richtig coole Geschenke bekommen. Ich habe hier von Schlacht von Hogwarts neue Spielerweiterung bekommen. Mit Monstern und Tierwesen. Richtig cool. Crazy. Und ich habe, das habe ich dir ja schon geschickt, das Foto von diesem Allraunentopf. Den habe ich auch heute, habe ich eingepflanzt. Oder muss ich dir gleich mal ein Foto schicken. Das sieht richtig witzig aus. Ja, genau. Du musst mir noch ein Foto schicken. Und ich habe Harry Potter Socken bekommen. Das ist immer gut. Ich liebe Harry Potter Socken. Ja. Und viele coole andere Dinge. Ja, und mein Geschenk lässt auf sich warten. Ich hatte es ja auch schon subtilerweise angekündigt, dass ich das wahrscheinlich nicht pünktlich schaffe. Ich habe es auch nicht erwartet. Aber ich freue mich drauf. Ja, das ist, aber ich finde es gut. Ja, es ist auch schon fertig, aber es ist noch irgendwie, stockt es hier im Versandunternehmen. Das ist kein Problem. Aber wir sehen uns ja wirklich bald. Versandunternehmen meine ich nicht selbst. Ja, eben. Deshalb dachte ich mir, vielleicht lasse ich es einfach. Genau. Denn in ein paar Wochen feiere ich auch meinen 30. noch groß. Party, Party. Yeah. Das ist aber sinnvoll. Ich würde sagen, da können wir mal langsam starten. Oder gibt es noch was, was wir erzählen müssen? Wir haben irgendwie schon lange nicht mehr so gequatscht, weil Schokotratsch ist jetzt auch schon wieder so eine Weile her. Ja, genau. Gibt es da was zu erzählen? Nee, ich weiß jetzt gerade nicht. Nö. Das ist ja langweilig. Dann sollten wir starten mit den drei Kommentaren. Ich glaube, wir machen das jetzt hier im Flow. Wir suchen jetzt hier unseren Flow und dann... Ich starte im Flow. Ich habe nämlich schon einen Kommentar gefunden bei Spotify und der ist von Padma Patil, Potterhead. Und sie schreibt, Hi, liebe euren Podcast. Frage für die Eulenpost. Wenn ihr in Hogwarts wärt, wärt ihr dann eher gut oder nicht so gut? Viele Grüße. Danke für deinen Kommentar. Ich glaube, ich wäre eher nicht so gut. Weil ich glaube, ich hätte auch so Probleme bei Zaubertränken, weil ich einfach nicht präzise genug arbeiten würde. Ich bin mir jetzt nämlich sicher, dass ich das nicht ordentlich machen würde. Bei Verwandlungen ist es wahrscheinlich ähnlich. Da muss man auch sehr präzise sein. Ich könnte nicht mal pflanzen wahrscheinlich. Aber du. Ja, ich meine so was, ob man jetzt ein Talent zum Zaubern hat oder nicht, das kann man ja schwer beurteilen. Also das ist ja nichts Vergleichbares in unserer Welt, sage ich mal. Deswegen ist es ein bisschen schwer. Aber ich glaube und deswegen kann ich auch Hermine so gut verstehen, dass sie als Muggelgeborene so ein Streber ist. Weil ich glaube, wenn wir als Muggelgeborene in Hogwarts wären und Zauberei jetzt erst kennenlernen, ich glaube, das fände ich so faszinierend und so spannend, dass ich auch mega wissbegierig wäre und auch richtig Bock hätte, was zu lernen. Weil was bringt mir denn dieser Zauberstab, wenn ich mir überhaupt gar keine Mühe gebe und dann nicht mal einen Ratzeputz hinbekomme? Also wenn, dann will ich es auch können, weißt du? Ja, aber ich glaube, mein persönlicher Anspruch wäre auch sonst nicht so hoch an mich. Es wäre jetzt voll komisch, wenn ich sagen würde, ja, da würde ich alles über Bord werfen. Ich bin einfach nicht so ein präziser Typ. Manchmal ist bei mir so mit zwei Augen zugekniffen, reicht bei mir auch vollkommen aus. Deshalb glaube ich gerade in so präzisen Sachen wie Zaubertränke hätte ich auf jeden Fall Probleme, egal wie faszinierend ich das fände. Ja, Zaubertränke wäre wahrscheinlich auch nicht so mein Ding. Ich glaube, so diese Zauberkunst und Verwandlung und so finde ich mega spannend. Was ich auch spannend finde, wäre Kräuterkunde, Zaubertränke. Verteidigung gegen die dunklen Künste, finde ich, glaube ich, interessant. Finde ich auch cool. Pflege magischer Geschöpfe. Fliegen, ich weiß ja nicht. Fliegen finde ich irgendwie gruselig. Ist auf dem Besen, ist auch nicht so bequem. Ja, und das ist auch sowas für Muggelgeborene, ist auf dem Besen fliegen, glaube ich, auch richtig crazy. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen, das ist ja so physikalisch mal wieder, glaube ich, überhaupt nicht möglich eigentlich. Schon allein, das hat man schon mal gesagt, auf diesem Besenstiel sitzen ist, glaube ich, auch nicht so optimal. Deshalb glaube ich, ich glaube, Fliegen wäre auch nicht so meins. Nee. Und pflege magischer Geschöpfe finde ich richtig super toll, glaube ich. Ja, das fände ich auch cool. Wahrsagen wäre auch nicht so meins, glaube ich. Das fände ich irgendwie quatschig. Muggelkunde ist dann auch langweilig. Ja, genau. Und Alterruhen und Arithmantik. Also Arithmantik wäre auch gar nichts für mich, das ist ja mit Mathe und so Zahlen. Nee, auf keinen Fall. Da bin ich raus. Ich auch. Aber ich glaube, ich würde Wahrsagen wählen, weil ich glauben würde, dass es der Weg des geringsten Widerstands ist. Nee, ich würde Muggelkunde wählen, weil da würde ich ja denken, ich bin ja Profi als Muggelgeborene. Ja, nachher musst du dich an die verquillte Denkweise der Zauberer gewöhnen und dann denkst du dir so, hä, so denken Muggel gar nicht. Da würde ich mich immer kaputt lachen. Aber ich könnte erklären, nee, könnte ich eigentlich gar nicht. Ich dachte, ich könnte erklären, was eine Steckdose ist, aber eigentlich habe ich gar keine Ahnung, warum da Strom rauskommt. Ich würde das selber nicht erklären. Ich würde sagen, ja, das ist Magie. Kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Wenn mir jemand erklären kann, wie eine Steckdose funktioniert, schreib es uns in die Kommentare. Naja, ich glaube, es liegt daran, dass es irgendwo im Haus ist, das Haus an irgendeine Energiequelle angeschlossen und mit Kabeln wird dieses, die Energie dann in die Steckdose geleitet und du kannst es dann aufgrund von Kontakten mit deinem Telefon verbinden zum Beispiel. Good Connections. Dann leert das. Ja, genau. Die müssen gute Connections haben. Das klingt sehr wissenschaftlich, wie du das erklärt hast. I love it. Ja, so stelle ich mir das auf jeden Fall. Er habe ich mir das jetzt visuell vorgestellt. Wie sagt Arthur immer so schön zur Elektrizität? Der sagt ja immer so ein anderes Wort. Nein, das weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht mehr, was er sagt. Naja. Ich auch nicht. Haben wir noch einen Kommentar? Wir haben noch einen Kommentar und zwar von Harry Potter Fan. Und Harry Potter Fan schreibt, super Folge. Die Folge war sehr unterhaltsam und lustig. Könnt ihr mal wieder Pflanzenupdates machen, vielleicht in der nächsten Schokotratsch-Folge? Liebe Grüße. Und wir sind hier in der nächsten Schokotratsch-Folge. Ja, danke für den lieben Kommentar. Pflanzenupdate. Ja, ich habe ja gerade schon erzählt. Ich habe jetzt meine Alraune eingepflanzt. Und sonst blüht jetzt bald meine Sonnenblume. Sie hat schon eine riesige, fette Blüte. Und ich glaube, jetzt die nächsten Tage wird es ja nochmal schön warm. Da könnte es dann bald soweit sein. Und die Chilis, ja, ich kann mich kaum retten, ehrlich gesagt. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich mit diesen geernteten Chilis anfangen soll. Es ist einfach zu viel gerade. Ich komme auch nicht hinterher mit dem Produzieren von Chiliflocken und so. Ja, crazy. Und ich bin meine Schädlinge losgeworden. Diese Tripse. Ja. Ich habe sie nicht mehr. Meine Monster, ich musste sie wirklich, ich habe sie sehr intensiv gepflegt und immer abgewischt und alles. Und ich habe sie bekämpft. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin es losgeworden. Ja, weil viele haben ja gesagt, dass das so ein Never-Ending-Story ist. Ja, genau. Crazy. Ja. Mein Pflanzenupdate ist ein bisschen traurig. Der Elefantenfuß ist von uns gegangen. Oh, rest in peace. Ja, war das schon mit Ankündigung. Der sah schon eine ganze Weile nicht so gesund aus. Aber meine grüne Lilie hat ungefähr zwei Drittel ihrer Blätter verloren aufgrund von Dürre, die ich wohl erzeugt habe. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie hat der das nicht so gut gefallen. Die hat jetzt irgendwie nur noch so, die sieht jetzt quasi so aus, als wäre sie noch der Setzling, den meine Mutter mir vor zwei Jahren geschenkt hat. Oh. Ja, das war ein bisschen schade. Dann habe ich ja noch dieses mega zickige Ding mit diesen einrollenden Blättern. Da haben ja alle gesagt, ach, wenn die stirbt, macht ihr nichts draus, die ist selbstmörderisch. Ja, aber die liebt mich. Die geht morgens auf, die rollt alles auf, dann rollt die sich abends zu. Dann denke ich manchmal, sie ist tot, aber ist sie nicht. Am nächsten Tag sieht die toll aus, die kriegt neue Blätter. Das ist die Top-Pflanze, die ich habe. Dein Gebüsch, was du mir da geschenkt hast, das lässt tatsächlich so ein bisschen die Blätter hängen. Das kann gar nicht sein, Amber. Das ist unkaputtbar. Ich weiß nicht, wie das jetzt geht. Es lebt auch noch. Ich habe jetzt mal den Standort für sie gewechselt. Ja, der muss gar nicht so sonnig stehen. Der kann ruhig im Schatten stehen. Nee, der ist hier so im Halbschatten. Aber jetzt steht er am Fenster und hier kommt nicht so viel Sonne dran. Also die Blätter gehen zum Teil wieder hoch. Nicht die Hoffnung aufgeben. Nee, das erst zum Schluss. Und dann habe ich auch noch Sonnenblumen angepflanzt und ich kriege auch zwei Blüten. Aber die stehen draußen im Garten. Perfekt. Es ist so schön, wie du jede einzelne Pflanze durchgehen kannst, die du besitzt. Wenn ich das machen würde, würde ich hier drei Stunden lang erzählen. Deswegen erzähle ich nur die Highlights. Ich habe jetzt aber, was mir gerade noch einfällt, zum Geburtstag bekommen von einer Freundin. So ein Blütenpress-Ding, weißt du? Das schraubst du so auf, dann kannst du da so Blüten drauflegen und dann kannst du es wieder zuschrauben. Weil ich habe mal, okay, jetzt schweife ich irgendwie voll ab. Ich habe mal so T-Shirts selbst gemacht. Da habe ich Blätter gesammelt und die gepresst und die in Chlor getunkt und dann auf das T-Shirt gepresst. Und das sieht echt ganz cool aus, weil das Chlor dann die Farbe aus dem T-Shirt sagt, das ist quasi der umgedrehte Effekt vom Bartik. Ja, genau. Da hatte ich so ein bisschen spacige Blätterabdrücke in hell, dann quasi auf diesen T-Shirts. Ja, genau. Long story short, ich musste meine Blätter damals in meinen Harry-Potter-Büchern pressen. Natürlich, du hattest ja keine anderen Bücher. Klar, Stephen King ist ja zu schade dafür. Nee, nee, nee. Ich habe tausende Bücher genommen, aber Harry Potter hatte ich halt viele von. Ach so. Ich musste auch mal mehrere stapeln, aber die Harry-Potter-Bücher sind halt schön dick. Deswegen bietet sich das immer ganz gut an. Und jetzt habe ich endlich so ein Pressding und das finde ich ganz cool, weil damit kann man, glaube ich, viele coole Sachen machen, wenn man die Blüten so gepresst hat. Ja, man kann dann Blütensticker selber machen. Ja, und ich habe letztens gelesen, man kann dann mit den Blüten auch so die T-Shirts plotten. Dann legst du die so drauf und mit einem Hammer haust du dann die Blüte in dein T-Shirt rein. Und wenn du das so abziehst, dann hat das T-Shirt die Farbe von der Blüte angenommen. Ich weiß nur nicht, ob das, also das kann ja nicht halten. Ich muss das mir nochmal genauer angucken. Vielleicht muss man das noch so speziell imprägnieren oder so. Ja. Kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber ich würde sagen, Nature Fashion kann kommen. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Klingt, als wäre ich so Eva und Adam so naked unterwegs. Das hatte ich nicht vor. Ja. Okay. Noch ein Kommentar, bitte. Unser nächster Kommentar ist von Greta Slytherin. Hello, fellow Slytherin. Sie schreibt, ich liebe euren Podcast. Frage für die Eulenpost. Die Schüler kaufen ihre Schulumhänge doch in der Winkelgasse. Aber wie machen die Erstklässler das, wenn sie erst in Hogwarts einem Haus zugeteilt werden? Ja, erstmal vielen Dank für deine Nachricht. Ja, vielleicht ist es so, dass man erstmal nur die Basics einkauft. Und wenn man dann weiß, in welchem Haus man ist, kommt eine Eule herein geflogen und dann ist da der Rest. Ich glaube, dass die Schüler in den Büchern gar nichts häuserspezifisches anhaben. Ah ja, das macht natürlich auch Sinn, ne? Ich glaube, die Schuluniform in Hogwarts ist tendenziell für jedes Haus gleich. Und in den Filmen haben die das abgegrenzt mit Krawatten oder Schal oder so. Oder diesem Emblem haben die, glaube ich, manchmal auf den Umhängen drauf. Ja, genau. Wenn ich mich irre und das in den Büchern doch auch erwähnt wird. Das weiß ich aber nicht. Dann, glaube ich nämlich auch nicht, dann könnte ich mir aber auch vorstellen, dass die einfach im Nachhinein mit Magie von den Hauselfen drauf gemacht werden. Weil die Hauselfen waschen die Umhänge ja auch. Und dann quasi holen die die ja aus dem Haus raus und dann können die für die Erstlässer da direkt das Emblem dann drauf sticken. Ja, okay. Das wäre jetzt meine Erklärung. Ja, das könnte sein. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn ich mich irre, schreibt es mir gerne. Aber jetzt so mein erster Impuls, weil Harry ja auch manchmal gar nicht weiß, in welchem Haus die Leute sind. Ja. Dass das gar nicht so klar ist. Weil es gibt ja in der Harry Potter Welt kein Hogwarts-Merch. Ach nein. Schade. Schade eigentlich. Hogwarts könnte reich werden. Nein, aber ich finde das, wie sie es im Film gelöst haben, natürlich für den Zuschauer sehr viel sinnvoller. Super, ja. Als wenn da nur schwarz-weiß gekleidete Leute rumlaufen. Und dann ist es natürlich aus Merch-Grunden schon auch cool. Und ich finde es jetzt für den Film auch nicht schlimm, aber irgendwie macht es, glaube ich, schon mehr Sinn, so wie das ist im Buch wahrscheinlich. Ja. Weil es ja auch dann, das ist doch dann viel einfacher. Ja, klar, geht ja auch nicht anders. Die können ja dann nicht nochmal in die Winkelgasse. Das ist viel zu weit. Nach Hogsmeade dürfen die Erstlässler noch nicht. Und du kannst es dir ja nicht immer nochmal zusätzlich bestellen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, oder die Winkelgasse Madame Malkins oder so kriegen dann ihre Bestellungen dann quasi nach. Ja, aber dann haben die ja in den ersten Tagen oder am ersten Tag auch noch keinen Umhang. Die kommen ja mit ihrem Umhang schon in Hogwarts an. Die ziehen sich ja im Hogwarts-Express um. Ja, ja. Bei der Einteilung tragen die ja schon einen Umhang. Ja, ja, genau. Das ist dann quasi der erste Klässler. Ja, ein Blanko, genau. Und dann kriegst du, sobald du Bescheid weißt, kriegst du dann eine Riesenlieferung an Schulkleidung. Aber das auch, also nicht mit der Einteilung, das geht ja nicht. Das ist ja viel zu viel. Ich glaube nicht. Ja, da kommen passt Testrale angeflogen. Ich weiß ja nicht. Nee, aber ich finde deine Lösung irgendwie cleverer. Beide. Was steht überhaupt heute an in der Schokotratsch-Folge? Okay, ihr könnt es wahrscheinlich gerade im Titel schon lesen, aber vielleicht berichten wir nochmal. Ja, es kann ja sein, dass jemand nur draufgeklickt hat und nicht gelesen hat und deshalb erklären wir nochmal für die, die es nicht wissen. Oder es wird automatisch weitergeschaltet, weil derjenige Binge hört. Ja, genau. Wir lesen heute weiter Spion der Nächte, das selbstgeschriebene Buch, der siebte Teil, den Toni selbst verwasst hat. Die letzte Folge ist ja tatsächlich wieder ein bisschen her und unsere erste Folge zu Spion der Nächte ist noch länger her. Und ich befürchte, viele unserer Hörer wissen gar nicht mehr so genau, was passiert ist. Amber, erzähl doch mal. Was weißt du noch? Was ist bisher im ersten Kapitel passiert? Super, wenn man so unaufgefordert drangenommen wird, wie im Unterricht. Also ich, im ersten Kapitel, also das, was wir im ersten Teil hatten, da hat Harry Geburtstag. Ja. Ah ja, siehst du, ich kenne mich aus, ich erinnere mich noch gut. Das fängt jedes Buch so an. Ja. Und irgendwie hat er eine Aussprache mit seinen Verwandten. Ach, und er wird doch abgeholt. Ja, also erstmal bei der Aussprache ist ja noch wichtig zu erwähnen, dass Petunia sich so ein bisschen auf Harrys Seite schlägt und sagt, ihre Schwester war ja eigentlich gar nicht so schlimm und so. Und Vernon rasselt ja komplett aus und daraufhin will Petunia mit Harry nach London in die Winkelgasse fliehen. Was absolut abgespaced ist. Über die Logik brauchen wir hier nicht zu reden. Okay, und dann hast du recht, dann kommen Leute und was… Harry abzuholen. Nee, die holen ihn gar nicht ab, die wollen nur mit Vernon sprechen. Ach so. Wollen die Vernon sagen, dass sie nett zu Harry sein will? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Nö, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Die schimpfen einfach nur mit Vernon und sagen, wie scheiße er ist. Okay, aber ist ja nicht so weit hergeholt, das passiert ja tatsächlich. Aber im Grunde ist das glaube ich auch nur nochmal, um zu zeigen, dass das Ministerium immer noch mit Umbridge arbeitet, beziehungsweise dass Umbridge ja sich so einschleimen will bei Harry, weil sie behauptet ja, sie hat das alles organisiert. Und dass halt voll viele gestorben sind. Also bei mir sind schon Slughorn und Sprout und zu diesem Fall alle tot. Stimmt, das hatten wir in der letzten Folge vorgelesen. Da sind so super viele, auch so random Leute gestorben. Ja, alle schon tot und McGonagall hat ihm ja auch vorher schon einen Brief geschrieben, dass Hogwarts geschlossen ist. Genau. Und dass aber der Orden jetzt erweitert wurde, dass mehr Mitglieder sind und ja, dass die sich bald treffen oder so. Ach ja, die Hochzeit steht ja noch an. Von Bill und Fleur. Genau. Ja. Wo sind wir denn jetzt nochmal? Ach genau, und jetzt quasi sind die Besucher gerade da bei den Dursleys und Harry will jetzt abhauen, es ist ihm ein bisschen zu viel geworden. Und er will nach oben gehen und auf der Treppe sitzt Dudley und der ist halt ziemlich fertig mit den Nerven und Harry hat ihn gerade gefragt, was los ist. Ja. Und das möchte Dudley jetzt gerne erklären. Ja, ich entschuldige mich jetzt schon, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wie wir die Stimmen gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, wie Dudley redet. Wahrscheinlich redet er ganz normal. Wahrscheinlich. Oder wie sein Vater. Mal sehen. Also, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören. Mom und Dad sind jetzt getrennt. Und alles nur deinetwegen, sagte Dudley, klang aber nicht besonders böse, da er immer noch Respekt vor Harrys Zauberstab hatte. Hör mal, willst du lieber in meiner Haut stecken? Meine Eltern sind tot und außerdem will Petunia nur mal kurz weg von Vernon. Bestimmt kommt sie wieder, wenn Vernon es ihr erlaubt. Harrys schwachsinniges Geschwafel machte Dudley anscheinend Mut, denn er sah auf und blickte Harry leicht lächelnd an. Soweit das mit seinen verheulten Augen ging. Langsam stapfte er die Treppe hinauf in sein Zimmer. Harry versuchte nicht auf das zu achten, was im Wohnzimmer vor sich ging. Nach einiger Zeit, die Harry damit verbrachte, Gedanken verloren, in den Schatten der Garderobe gegenüber von ihm zu starren, kamen die unerwünschten Besucher aus dem Wohnzimmer. Tonks und Lupin gingen Hand in Hand auf ihn zu und verabschiedeten sich herzlich. Sie wünschten ihm noch weiterhin einen schönen Geburtstag und sagten, dass er ihnen immer schreiben könne, wann er wollte. Wissen Sie etwas Neues von Bill? fragte Harry Lupin, denn ihm fiel ein, dass der Älteste der Weasleys von Greyback gebissen worden war. Ja, Lupin kam wieder zurück. Ihm geht's gut. Er hat nur ein paar Wunden und immer noch eine Vorliebe für rohes Fleisch. Aber er ist kein Werwolf? fragte Harry hoffend. Nein, ich denke nicht. Besser ist nichts Schlimmes passiert, aber wir gehen immer noch auf Nummer sicher. Er nickte Harry zum Abschied zu und ging zur Tür hinaus. Harry hörte mehrere laute Knalle und wusste, dass die ganzen Zauberer wieder disapparierten. Er ging in die Küche, um Onkel Vernons verblüfftes Gesicht zu sehen, auf dessen Stirn die Schläfen pulsierten. Doch er fand nur einen völlig ratlosen Vernon. Oh, Vernon spricht nochmal. Was soll das, Junge? schnauzte Harry an, als er hereinkam. Er suchte irgendeinen Grund, um zu schreien. Doch Harry hatte keine Angst vor seinem Onkel und fragte scheinheilig, was denn? Na, dass die alle hierher kommen. Du hast sie hergetrommelt, nicht wahr, Bursche? Schnaubte Vernon und sein Bart fing wieder an zu zittern. Nein, sagte Harry ruhig. Warum denn? Was haben sie dir getan? Fragte Harry und musste sich ein Lachen verkneifen. Sie haben mich angeschrien. Irgendwas wegen Lilly und verantwortungsloser Vater und schlechter Ehemann. Was fällt diesen Bekloppten ein? schimpfte er. Es stimmt aber, meinte Harry. Puh, das ist ganz schön dreist. Dudley ist völlig am Ende. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Soll er zu seiner Mom gehen, die sich plötzlich völlig verändert hat und mit seinem doofen Cousin nach London reist? Oder soll er bei seinem schlechten Vater bleiben, der sich nur ums Geld und Geschäfte kümmert und dabei seinen Sohn vergisst? Schwere Entscheidung, rief Harry, der so schnell er konnte nach oben lief, damit der wutentbrannte Vernon ihn nicht erwischte. Lachend ließ er sich auf sein Bett fallen. Ich finde es auch witzig, dass er sich schon lachend auf sein Bett fallen lässt, weil das ist überhaupt nicht Harrys Art. Das hat er in sechs Jahren nur nicht einmal gemacht. Ja, das ist genauso absurd, wie das Märfeu auf dem Boden liegt und vor lachend irgendwie heult. Oder mit den Beusten auf den Boden trinkt. Genau. Und sofort fiel ihm ein, dass er lange nicht mehr gelacht hatte. Und warum? Sein Lächeln erstarb. Er musste wohl eingeschlafen sein, denn er wurde von einer Eule geweckt, die laut an sein Fenster klopfte. Er ließ sie herein. Sie steckte ihm ein Bein hin, an dem ein Zettel hinkt. Das stelle ich mir so lustig vor, wie die da so sitzt und dann so ein Bein auswirkt. Aber machen die das nicht immer? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber es ist doch auch... Das stimmt, das ist wirklich absurd. Das ist natürlich für eine Eule, sich so ein Bein so abzustrecken. Ja, vor allem eigentlich haben die das doch im Schnabel, den Brief, oder ist das nur im Film? Nee, im Buch binden die das immer ans Bein, ne? Ja, genau. Oder bilde ich mir das ein? Nee, die binden das da so dran. Die binden da ja auch ganze Pakete dran und Besen... Und die arme Eule kann dann gar nicht mehr jagen, weil die hat so ein fettes Paket immer am Bein. Ja, genau. Ist ja fies. Ist wirklich fies. Hallo Harry. Entschuldigung, dass ich dir nicht früher schreiben konnte, aber ich habe im Moment ein ziemliches Problem mit dem Ministerium. Die sind nicht damit einverstanden, dass ich hier auf dem Gelände von Hogwarts weiterhin wohne. Die meinen, dass es zu gefährlich ist. Als würden die sich Sorgen um mich machen. Aber kommen wir zu dir. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Harry. Wie ist es denn so bei den Dursleys? Bestimmt nicht so nett, hä? Mir geht's eigentlich gut, aber die alten Erinnerungen an alles, was hier passiert ist, sind nicht so einfach zu verkraften. Von meinem... Ja, aufzulachen. Ich kann nicht sprechen. Ich finde, ich rede den voll gut. Der klingt auch ein bisschen dumm. Nein, du machst das toll, aber ich finde auch den Brief gut. Ich finde auch gut, warum Hagrid gar nicht dabei war, als die ganzen Leute kamen. Ja, so wie... Der ist ja eigentlich bei allem immer dabei, aber in dem Fall jetzt war nicht... Vielleicht, weil er nicht so gut apparieren kann. Ja, vielleicht. Von meinem Rauswurf bis zu Dumbledors Tod. Ich hoffe, du bist wohl auf und lass mal wieder was von dir hören. Hagrid. Hey, aber ich finde das mit dem Ministerium eigentlich wieder ganz gut. Er will da wohnen bleiben und das Ministerium stresst. Ich finde das äußerst passend. Ja, das stimmt. Aber das ist auch nicht das, was ich so lustig fand. Ich fand eher lustig, wie ist es so bei den Dursleys? Bestimmt nicht so nett, hä? Hey, die kennen sich seit sechs Jahren. Was ist das für eine Frage? Geil. Komisch aus dem Maul, Talk Hagrid. Ja, der... Ich musste den Brief irgendwie füllen. Der war so kurz. Ja, genau. Damit die Eule nicht umsonst fliegen muss, ne? Klar. Klar. Ähm, so. Harry faltete den Zettel und legte ihn auf seinen Nachttisch zu den ganzen anderen Briefen von Mine und Ron, die ihm immer wieder sagten, wie leid es ihnen tat, nicht bei ihm zu sein. Ärger mit dem Ministerium. Damit sollte man nicht spaßen. Harry sah es schon vor Augen, wie sie Hagrid packten und versuchten ihn wegen Verweigerung der Anordnungen nach Azkaban zu bringen. Und außerdem, wenn es ihm so schwer fiel, dort zu leben, warum zog er nicht einfach um? Andererseits bestimmt wusste Hagrid nicht, wohin er sollte, außer zu seiner Hütte auf dem Grundstück von Hogwarts. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und antwortete. Lieber Hagrid, mir geht's auch gut und die Dursleys waren diese Ferien erträglich. Aber es war mit Abstand mein bester Geburtstag. Ich fahre bald mit Petunia nach London. Was sagt das Ministerium denn? Hä, es hat Hagrid doch geschrieben, bist du irgendwie dumm? Pass lieber auf, dass sie dich nicht verhaften. Und warum willst du überhaupt dort bleiben, wenn die Erinnerungen dir Schmerzen bereiten? Eben war ein Haufen Leute hier. Sie haben mit Onkel Vernon geredet, weil er mich und Petunia rausgeschmissen hat. Und stell dir vor, warum. Sie hatte Briefkontakt mit Dumbledore. Als er dies schrieb, kam der Kloß in seinem Hals wieder. Er versuchte ihn runterzuschlucken und schrieb weiter. Es ist echt merkwürdig. Wann sehen wir uns denn nochmal? Können uns ja mal mit Ron und Hermine treffen. Oder bei Bills Hochzeit. Ich weiß aber noch nicht, wann die ist. Naja, ich hoffe, du und Grob, dein Bruder. Als ob er gut nicht mehr weiß, wer Grob ist. Das war für die Leser. Ich musste das nochmal für die Leser erklären. Ja, klar. Ihr seid wohl auf. Hoffend auf eine Antwort. Harry. Er band den Brief an das Bein der wartenden Eule, die merkwürdig alt und zerstrübbelt aussah und schickte sie ins Freie. Dann legte er sich wieder auf sein Bett. In zwei Tagen würde er in London sein mit Tante Petunia ihr seine Welt zeigen. Die Winkelgasse und den troptenen Kessel, die allerdings leer waren. Seit Voldemort wieder zurück war, hatte sich keiner mehr auf die Straßen getraut. Er schreckte wieder auf, denn erneut klopfte eine kleine Eule an sein Fenster. Es war Pig Virgin, Rons Eule. Heute ist aber ein reger Eulenverkehr, dachte Harry, als er sie reinließ. Er band den Brief umständlich ab. Das findet Pig bestimmt richtig gut, wenn er das umständlich abbindet. Ja, weil Pig ist schuld. Kommt ja jetzt im Nebensatz. Er band den Brief umständlich ab, denn Pig, wie Ron ihn immer nannte, war so aufgeregt, dass er nicht still sitzen konnte, sondern die ganze Zeit herumflog. Das ist irgendwie witzig. Cute. Lieber Harry, wir wissen, dass wir dir heute schon mal geschrieben haben, aber Ron und ich haben etwas Wichtiges entdeckt. Wir würden es dir liebend gern sagen, aber du weißt ja, dass die Eulen abgefangen werden. Aber wie dein Pate es in unserem vierten Hogwartsjahr gemacht hat, so schaffen wir es auch. Morgen um ein Uhr mittags? Früher lässt uns Mrs. Weasley nicht. In der Hoffnung, dass du wohl auf bist? Hermine und Ron. Harry sah auf. Was hatten sie herausgefunden? Etwas Wichtiges? Hatte es mit Voldemort zu tun? Genau wie Sirius wollten sie es schaffen? Morgen im vierten Schuljahr mit Flohpulver? Das musste es sein. Sie wollten morgen mit Flohpulver kommen. Er musste dafür sorgen, dass die Dursleys um ein Uhr morgen nicht im Wohnzimmer waren und er musste den Kamin in Ordnung bringen, denn die Dursleys hatten nur einen elektrischen. Nachdenklich legte er den Brief von Hermine und Ron zu den anderen auf seinen Nachttisch. Wie sollte er das schaffen? Am besten wäre es, wenn die Dursleys gar nicht da wären. Er schließt sich aus dem Zimmer heraus und klopfte leise an die Schlafzimmertür seiner Tante und seines Onkels. Onkel Vernon war noch unten und nur Petunia saß auf dem Bett und starrte vor sich hin. Als sie merkte, dass Harry hereingekommen war, richtete sie sich auf und sah ihn an. Ja? Fragte sie. Kannst du mir einen Gefallen tun? fing Harry an. Petunia nickte kurz. Meine Freunde Ron und Hermine wollen mit Flohpulver hierher kommen. Flohpulver? Ist das nicht das Zeug, mit dem auch dieser Mr. Weasley zu uns gekommen ist? Sagte Petunia. Genau, meinte Harry und wunderte sich, dass Petunia das noch wusste. Ich muss alleine sein, wenn sie kommen, denn sonst würde Onkel Vernon ausrasten. Kannst du die beiden nicht überreden, wegzufahren? Petunia runzelte die Stirn. Ich könnte versuchen, dass sie zu Magda fahren, okay? Danke, sagte Harry glücklich und ging zufrieden mit sich und seiner Tante in sein Zimmer. Das hatte er erstmal geschafft. Der Gedanke, dass Hermine und Ron etwas Wichtiges wussten, ließ ihn nicht los und er ging unruhig ins Bett. Am nächsten Morgen klopfte Vernon an seine Tür, um zu verkünden, dass er und Dudley zur Tante Magda fahren würden. Er sagte außerdem noch, dass er das nur für Dudley machte. Harry musste sein Lachen unterdrücken. Was nicht so gut gelang, deshalb sperrte Vernon ihn mit bitterer Miene ein. Er erwartete offenbar, dass Harry davon schlechte Laune bekam. Doch das bekam er nicht. Von seinem Onkel ließ er sich schon lange nicht mehr schikanieren. Als Dudley und sein Vater weg waren, schloss Petunia seine Tür wieder auf und meinte, dass sie zu ihrer Freundin ginge, damit er Ruhe habe. Harry sah auf seine Armbanduhr. Es war halb eins. Er verabschiedete sich von seiner Tante und eilte nach unten ins Wohnzimmer. Harry zückte seinen Zauberstab und rief, Defindo, der falsche Elektrikkamin zersprang und es blieb nur ein Stück altes Mauerwerk übrig. Ratzeputz, murmelte Harry und die Reste des falschen Kamins verschwanden. Incendio, ein Feuer loderte im Kamin. Also in dem selbstgemachten Kamin offenbar. Ja. Harry setzte sich auf das Sofa und wartete. Nach etwa 20 Minuten regte sich etwas im Feuer. Es wurde grün und nach einer Sekunde erschien Hermine in den Flammen. Harry sprang auf und Ron folgte Hermine. Hallo, rief er und Hermine umarmte Harry. Wie geht's dir? Fragte Hermine. Gut, und euch? Ron sah Hermine an und sagte, Auch. Hermine war die ganze Zeit bei uns, weil ihre Eltern für ein halbes Jahr in Afrika sind. Und meine Mom meinte, wir sollten dir deine Zeit bei deinen Verwandten lassen. Harry zog die Augenbraue hoch. Es wäre mir lieber gewesen, ihr wäret hier, sagte er. Wir müssen dir was erzählen, meinte Hermine aufgeregt. Ich euch auch, meinte Harry und dachte an den Besuch von gestern Abend. Okay, du zuerst, sagte Ron, setzte sich aufs Sofa. Hermine und Harry machten es sich auch bequem. Harry erzählte alles, was Ron und Petunia ihm gebeichtet hatten. Ron blieb der Mund offen stehen. Ja? Ah, sagte Hermine. Komisch, dass sie es nie erwähnt hat. Es war ihr peinlich, sagte Harry. Aber er erzählt, was ihr sagen wolltet. Also, meinte Ron, lies das. Er hielt Harry einen kleinen Zettel hin. Haben wir geschickt bekommen. Diese Eulen, die sind wirklich, also die machen Überstunden. Ja. Harry las laut vor. Er kannte diese Schrift, doch im Moment wusste er nicht, von wem sie war. Befolgt das, was ich euch sage. Potter muss eine Woche nach seinem Geburtstag zum Hauptquartier des Phönix-Ordens. Genau um die Mittagszeit. Dort wird er einiges erfahren. Wichtige Sachen. Ich schreibe euch, denn auf mich wird er nicht hören. Ich meine es ernst. Ein Freund. Was soll das denn? Fragte Harry. Erkennst du die Schrift? Fragte Hermine, ohne auf Harry einzugehen. Harry dachte nach und plötzlich merkte er es. Snape. So war die Schrift in dem Buch vom Halbblutprinzen. Er las den Brief nochmal. Plötzlich war er hell erzürnt. Was fällt ihm ein? Freund von wegen. Ron nickte. Wir wissen nicht, ob es eine Falle sein soll. Schärfte er Harry ein. Deshalb sollten wir vorsichtig sein. Wie geil. Also ich meine, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie alt war ich nochmal? 13, glaube ich, hatten wir ausgerechnet. Welcher 13-Jährige sagt denn, plötzlich war er hell entzürnt? Das ist, weil du literarisch wertvolle Dinge vorher schon gelesen hast. Das habe ich bestimmt bei J.K. abgeschrieben. Ich würde das heute nicht mal benutzen. Nein, ich auch nicht. Dieses Wort erzürnt habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gehört. Aber vielleicht stand das mal in einem Harry-Potter-Buch, weil er ja öfter mal auch erzürnt war. Ja, das kann schon sein. Aber witzig. Ja, was hältst du von der Snape-Geschichte? Ja, das ist eine überraschende Wendung und ich finde es gut, dass Snape hier dann schon eingebaut wird. Weil das macht schon Sinn. Im echten Band, also im echten siebten Teil hatte Snape ja auch eine Rolle am Anfang. Stimmt, ja. Tendenziell aber im Buch eher eine relativ kleine, also bis zum Ende, am Ende natürlich nicht mehr, aber eigentlich das ganze Buch über hat er ja für uns keine Rolle gespielt. Klar, im Hintergrund immer, aber das wussten wir ja nicht. Aber das reicht ja manchmal. Also wir wissen, er ist da, aber wir sehen ihn nicht. Mal sehen, wie es weitergeht. Harry nickte eifrig. Ihr wollt dorthin gehen? Und wir wissen gar nicht, wofür er alles fähig ist. Bleib locker, Hermine, wieder Sprachhorn. Harry ist nicht doof. Er kann gut zaubern und wenn er denkt, dass es richtig ist, soll er es machen. Ich meine, wie oft hatte er recht und keiner hat ihm geglaubt. Das letzte Mal hatte er den Verdacht, Malfoy sei ein Todesser und er war einer. Obwohl alle dachten, du weißt schon, wer würde keinen 16-Jährigen aufnehmen. Also Harry, ich komme mit. Er ist einfach so ein guter Freund, der Ronny Bonny. Geil. Harry fand es gut, dass Ron sich für ihn einsetzte. Doch das hatte er nicht erwartet. Okay, ich auch, gab Hermine ebenfalls klein bei. Was? Oh, ich weiß nicht. Ist es nicht besser, wir bleiben in Kontakt? Und wenn mir was zustößt, helft ihr mir? Fragte er. Oh man, Harry, rief Ron. Alleine gehst du auf keinen Fall. Harry sah ihn an. Es ist so, Finger an, doch Hermine unterbrach ihn. Ich bitte dich, Harry. Sag es einfach. Wenn du lieber allein bist. Ron sah sie überrascht an. Wie kommst du denn darauf? Fragte er. Doch Harry sah Hermine an. Hört mal, es liegt nicht an euch. Wirklich nicht. Aber manchmal, da denke ich, wie schön wäre es jetzt alleine. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber bestimmt nicht an euch. Was ist mit Harry? Warum will er alleine sein? Der ist den ganzen Sommer alleine gewesen. Olle. Ich habe die Stimmungsschwankungen aus dem fünften Teil nochmal aufgegriffen. Die fand ich so einprägsam. Ach so, ja, okay. War also keine Phase bei dir? Ja, nee, nee. Es ist sein Charakter. Vor allem die sind seit, keine Ahnung, 20 Minuten da und er will sie schon wieder loswerden. Aber okay, it's fine. Ich habe mir so etwas schon gedacht. Ich kann dir auch erklären, warum du so bist. Voldemort ist ein Einzelgänger, hast du erzählt. Er hatte keine Freunde. Genau wie jetzt, da er keinem Todesser wirklich vertraut. Aber du, Harry, du hast Freunde. Da du Eigenschaften von ihm geerbt hast. Geerbt? Die sind eigentlich verwandt. Ich glaube, mir war nicht bewusst, was das Wort geerbt wirklich heil bedeutet. Also ich meine natürlich, dass sie halt die angeeignet bekommen. Ja, genau, übertreiben bekommen hat. Bekommst du auch dieses Gefühl der Einsamkeit? Harry hatte kurz das Gefühl, dass Hermine Dumbledore wäre. Sie sprach genauso klug und logisch. Es könnte ja sein, dass Hermine ein wenig von Dumbledore hatte. So wie er von Voldemort geerbt hat, hat Hermine von Dumbledore geerbt. Ja, warum denn nicht? Also gut, meinte Ron, als hätte er das eben Erfahrene noch nicht verkraftet. Du gehst alleine, bleibst mit uns aber in Verständigung. Nur wie? Jetzt kommt meine absolute Lieblingsstelle. Und da habe ich wirklich, ich habe das dann irgendwann, als ich glaube ich angefangen habe zu studieren, bin ich nochmal irgendwann auf diese Datei gestoßen und ich lag wirklich heulend vor Lachen auf dem Boden. Und jetzt kommt auch die Stelle, weswegen ich mich so hart schäme für dieses Buch. Weil das, was jetzt kommt, das ist das Unlogischste, was ich in meinem Leben je in Literatur gelesen habe. Okay. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Es ist tief, dieses Trauma. Möchtest du es vorlesen oder möchtest du es vorgelesen haben? Nee, eigentlich möchte ich damit gar nichts mehr zu tun haben. Ja komm, ich lese mal den nächsten Satz vor. Ja. Ich habe hier schon ein Wort entdeckt, weiter habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe schon ein Wort entdeckt. Ja, das ist es, das Wort. Du musst weiterlesen, ich kann nicht. Sie zauberte zwei Stück herbei und probierten sie aus. Ron fand sie besonders toll und schrag immer wieder zusammen, wenn er plötzlich Harrys oder Hermines Stimme hörte, obwohl sie in einem Nebenraum standen. Okay. Ich dachte, Wanzen und Handys funktionieren auf magischen Ebenen nicht. Was sind überhaupt magische Ebenen? Meinte Harry. Hermine lächelte milde. Immer dieses milde Lächeln. Oh doch, im Grimmelplatz schon. Ich glaube auch drinnen. Wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Heißt der Grimmolplatz? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich sage immer Grimmelplatz. Ich auch. Ich bin nur ein bisschen verwirrt. Im Grimmelplatz sind jetzt keine magischen Ebenen. Ja, das Problem ist, dieses Wort magische Ebene ist ja schon nicht stimmig, weil Hawkins hat ja einfach nur Muggelschutzzauber, deswegen funktioniert das nicht. Egal. Die meisten normalen Zauberer hatten nicht die Kraft, Muggelabwehr zu zaubern. Wartet mal, sagte Harry plötzlich. Woher weißt du, dass Snape den Grimmolplatz meinte? Er sagte nur Hauptquartier. Meint er das neue? Wenn ja, wissen wir nicht, wo das ist. Nein, ich bin mir sicher, dass Snape den Grimmolplatz meint. Er weiß wohl auch nicht, wo das neue Versteck ist, oder? Harry nickte. Er war beruhigt und überlegte, dass er darauf auch selbst kommen könnte. Sie erzählten sich noch vieles. Gott, eben wollte er noch alleine sein, ne? Ja, ich weiß. Ich sag ja, es sind ganz üble Stimmungsschwankungen. Sie erzählten sich noch vieles und überlegten, warum Malfoy den Zauberstab gesenkt hatte, kurz bevor die anderen Todesser in den Turm gestürmt kamen. Also wir reden hier von der Situation vor Dumbledores Tod, ne? Ich weiß nicht, ob es jedem bewusst ist. Es war für mich eine ausschlaggebende Szene. Astronomieturmschlacht. Da ist dir anscheinend aufgefallen, dass Draco da mit seinem Zauberstab... Das hab ich mir bestimmt dreimal rot markiert in meinem Buch. Wahrscheinlich, ja, genau. Außerdem, was Umbridge von Harry wollte. Es tat Harry gut, wieder mal mit seinen Freunden reden zu können. Doch nach einer halben Stunde meinte Ron, dass sie gehen müssten. Ich denke, die Teile hier probieren wir bei uns erstmal nicht aus. Ich glaube, Mom würde ausrasten, rief er zum Abschied. Er deutete auf das eine Walkie-Talkie. Kurz darauf verschwand er hinter Hermine in den grün auflodernden Flammen. Harry ging nach oben in sein Zimmer. Der Kamin war ihm egal. Das Walkie-Talkie versteckte er in der losen Diele unter seinem Bett. Nach gut zwei Stunden hörte er den Schlüssel im Schloss und Onkel Vernon kam herein, gefolgt von Dudley. Ich würde sagen, hier ist ein guter Cut. Ja, genau. Jetzt hab ich aber doch nochmal eine Frage. Also das mit dem Walkie-Talkie finde ich wirklich grausig. Ja, stimmt. Das finde ich jetzt auch nicht so gut. Aber was für eine andere Option. Weil ich hab wirklich lange noch überlegt, wie hätten die denn besser kommunizieren können. Weil das mit dem Patronus, das ist umständlich und die Magie haben die in meiner Vorstellung noch nicht. Langt sie On. Das müsste ja in beide Richtungen dann gehen. Das ist ja irgendwie schwierig, oder? Wieso? Aber Harry geht doch da hin, um Snape zu treffen. Ja. Dann kann Harry ja wohl kaum vor Snape in seinem Walkie-Talkie sprechen und sagen, der Hirsch, der Hirsch, wie sagt man das denn? Der Hirsch ist gelandet. Die Rehkuh ist gelandet. Ich heule. Over. Die Rehkuh vor allem, das ist eine Hirschkuh. Das kann er doch vor Snape sich sagen. Ich weiß auch nicht, wie dieses Gespräch abläuft. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass die sich treffen. Und ich weiß auch nicht, wie das mit dem Walkie-Talkie gelöst ist. Ich weiß aber, dass das Walkie-Talkie später nochmal eine Rolle spielt. Ja, ja, okay. Das ist nicht die einzige Szene, wo wir vom Walkie-Talkie hören. Weil dann, diese Langzieihohren würden ja Sinn machen, weil Hermine und Ron dann belauschen könnten und im richtigen Moment eingreifen könnten. Ja, aber das Problem ist, dass die gar nicht am selben Ort sind. Also Ron und Hermine, glaube ich, sind dann im Fuchsbau. Hä, aber welches Walkie-Talkie hält denn so lange? Stimmt. Von der Nähe von Ottery St. Catchpole bis nach London. Das macht ja gar keinen Sinn. Da brauchst du ein Handy. Die magische Ebenen hin oder her. Das Walkie-Talkie bringt dir nichts. Dann stimmt das nicht, sondern die verstecken sich vielleicht nur oben irgendwo im Haus. Ja, deshalb hat sich das so angehört, weil Hermine hat ja gesagt, das funktioniert im Gimmel-Place auch drinnen. Ja. Ich bin super confused gerade. Und ich bin richtig gespannt, wie es weitergeht. Und dann hätte ich Langzieihohren gut gefunden. Ja, das stimmt. Das wäre besser gewesen. Ich weiß irgendwie auch nicht. Ich bin gespannt auf die Szene, wenn die sich dann da wirklich treffen. Ja, ich auch. Ich bin wirklich confused. Ja, also wenn ihr noch Vorschläge habt, wie man hätte besser kommunizieren können, dann schreibt es uns mal. Ich bekomme übrigens auch richtig häufig die Frage, ob ich das noch weiterschreibe. Ja, das finde ich richtig gut, weil wir sind auch irgendwann durch. Ja, aber ich kann nicht. Erstens kann ich mich damit nicht mehr identifizieren. Ja. 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 Wir könnten daraus natürlich auch so ein kleines Fan-Projekt machen und die Leute weiterschreiben lassen. Und wenn wir da immer so einen Abstand haben, vielleicht kann man halt immer mal wieder jemand anderes auch weiterschreiben, dann ist das so ein riesiges Projekt, wo einfach irgendwelche Leute ihre Ideen reinschreiben. Ja, aber dann muss das irgendwo veröffentlicht sein, dass du nachlesen kannst, weil Nachlesen praktischer ist als Nachhören. Ja. Weil das dann auch in deinem Tempo machen kannst und auch markieren kannst, wenn du dich irgendwie auf irgendwas beziehen musst. Das heißt, wir müssten es eigentlich auch noch irgendwo veröffentlichen. Ja, das stimmt. Dann ginge das. Oder wir, aber ich weiß, wir sind schon wieder, das ist wahrscheinlich für uns ein zu großes Projekt, wir würden dann immer einen Abschnitt schreiben, abwechseln. Du schreibst einen, ich schreibe einen, du schreibst einen. Das wäre auch super witzig. Weil es gibt doch dieses Spiel, das könnten wir eigentlich auch mal machen, vielleicht in einer anderen Folge, wo du dann so, er ging dahin zum Otter. Die Wortarten, ne? Ja, genau. Das fand ich irgendwie immer ganz witzig und so könnte man das ja auch machen. Jeder schreibt dann immer einen Absatz. Ja, das einzige Problem ist, dass ich ja, das ist ja jetzt nur das, was zusammenhängt, ist diese ersten, was weiß ich, fünf Kapitel. Ich habe ja aber noch handschriftlich super viele Notizen zu Szenen, die zwischendrin im Buch passieren, die jetzt nur noch nicht im Zusammenhang mit der Anfangsgeschichte stehen. Ich habe ja zum Beispiel Weihnachten schon komplett fertig. Ja, ja, genau. Ich habe das Ende komplett fertig. Ja. Das passt jetzt aber hier noch nicht rein, weil da bin ich halt noch nicht gewesen bei diesen ersten fünf Kapiteln. Aber es gibt halt schon super viele Szenen, die eigentlich fertig sind. Da lesen wir die halt auch noch vor. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Bücher noch habe. Es erwartet ja auch hoffentlich keiner hier einen ganzen siebten Teil. Doch, klar. Den hat J.K. schon geschrieben. Aber wir gucken, ob wir da eine Lösung finden. Ja, es bleibt spannend. Bleib dran bei Spion der Nächte von Antonia. Ich finde die Geste sehr schön dazu. Wir könnten dir ja den Decknamen geben. Antonia. Das ist ein ganz toller Deckname. Ich dachte, du sagst jetzt Antonia Rowling, weil ich hatte mal eine E-Mail-Adresse, die war Antonia Rowling. Ich kann nicht mehr. Du hattest auch eine E-Mail-Adresse, die hieß Toni Rockt. Die habe ich ja immer noch. Die benutze ich auch noch. Ach so. Für Berufliches. Ja? Nein. Nein. Ach Gott. Für die schäme ich mich fast genauso wie für Antonia Rowling. Meine Lieblings-E-Mail-Adresse, die ich mal hatte, war sweetbutterfly008 oder so, weil natürlich alles andere schon vergeben war. Weil du ein sweeter Butterfly bist. Geil. Das ist so bescheuert. Die habe ich übrigens nicht mehr. Schade, ich wollte die gerade schreiben. Die braucht mir also keine E-Mail schreiben. Ja, gut. Ich würde sagen, haben wir noch Kommentare für das Ende? Ja, denn wir machen jetzt Spitznamen-Zeit. Wir überlegen uns Spitznamen. Ja, unsere neue Lieblingsrubrik. Ich habe dann einen Spitznamen-Vorschlag. Und zwar kommt der von dem Profil Markus. Hallo Schokofrösche. Ich warte immer noch auf neue Folgen und höre sie gleich an. Könnt ihr euch einen Spitznamen überlegen? Ich heiße Emma. Emma. Dein Hund heißt Emma. Also nicht dein Hund, sondern der von deinen Eltern. Ja. Und genau aus dem Grund habe ich auch schon eine wundervolle Spitznamen-D. Denn wir nennen Emma, also neben Emmy natürlich, Emmasche-Bämmasche. Ja, das finde ich richtig gut. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Verkürzung. Emma ist ja schon sehr kurz. Aber Emmasche-Bämmasche ist irgendwie so, die guckt halt auch so ein bisschen behämmert. Die ist halt so, das ist so ein Mischling. Die wirkt manchmal so ein bisschen Treudum. Und da finde ich, passt Emmasche-Bämmasche eben gut. Und das sagen wir ziemlich häufig. Ja, das finde ich ganz witzig. Oder Emmy-Bemmy. Das sagen wir auch gerne. Emmy-Bemmy ist auch gut. Oder Em. Ja, also für, wenn ich so 16 wäre und Emma heißen würde, fände ich Emmas cool, glaube ich. Also ich glaube, wenn ich jetzt aktuell eine Freundin hätte, die Emma heißen würde, dann würde ich sie, glaube ich, immer Emmerle nennen, um sie ein bisschen zu ärgern. Ja, oder Tante Emmerladen. Das wäre auch gut, ja. Wir sind mal wieder on fire, merke ich. Ja. Ich habe auch einen Kommentar gefunden von jemand, der einen Spitznamen sucht. Und zwar, die Folge war super. Ich finde das neue Outro auch voll cool. Ich heiße Merle. Könnt ihr euch einen Spitznamen für mich ausdenken? Liebe Grüße. Ich hatte mal ein Kuscheltier, das hieß Merle. Ah ne, das hieß Morle. Achso, ja, egal. Ist ja ähnlich, ne? Merlin. Spart. Ich würde sagen Merle Perle. Ja. Oder Merls. Merlinchen, Merls finde ich auch gut. Ja, das ist schon mal was. Ja. Das ist auch gut. Da haben wir jetzt einige Vorschläge gehabt. Dann habe ich hier noch den letzten Kommentar für heute von Lumia. Könnt ihr euch für mich einen Spitznamen ausdenken? Ich heiße Hanna. Ich habe zwar schon zwei witzige Spitznamen, Fussel und Gurke, aber ich will noch einen. Ich finde es witzig, weil ich hatte auch mal einen Spitznamen, der hieß Gurke, also Klein Gürkchen hieße ich mal. Und das kam von türkischer Anfänger. Stimmt. Weil die Lena bei türkischer Anfänger wurde auch immer Gurke genannt von ihrer Mama und dann hat Cem manchmal Klein Gürkchen genannt oder gesagt oder so. Ja. Finde ich beides süß, Fussel und Gurke, finde ich beides cool. Ich hätte jetzt bei Hanna gesagt, Hanna Banana. Hanna Montana. Hanita. Ich hatte auch eine Freundin, die war irgendwie mal ein Jahr in Brasilien und dann habe ich sie mal Hanita genannt. Okay. Weil sie dann quasi, das ist die spanische Verniedlichungsform. Und das klingt auch wie Hanuta. Hans würde ich vielleicht noch sagen. Hey Hans. Hans. Wie Hans. Oder Honey. Sind wir zwei Idioten? Honey Bunny. Ja, ist wirklich so. Aber Hanna Banana finde ich eigentlich am besten. Ja, ich glaube ich auch. Aber ich glaube mit dem Spitznamen Fussel und Gurke kann man auch schon ganz zufrieden sein eigentlich. Ja, es kommt ja sehr nah an Bams und Bumsi und so dran. Von der Abwegigkeit her. Ja, das stimmt. Oder Käse und Wurst. Ja, wäre auch gut. Ja, das war doch eine schöne, lustige Folge. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet. Und machen wir noch eine Runde Legilimens. Ich weiß schon wieder nicht, wie das geht. Worüber reden wir gerade? Mit dem Assoziationsspiel. Ach so. Ja, okay. Haben wir einen Oberbegriff? Wir können ja mal Todesser machen. Oh, finde ich gut. Oder wir machen mal dunkle Magie. Oder dunkle Künste. Alles was man tun hat. Dunkle Künste. Ja, dunkle Künste finde ich gut. Ich muss aber erst mal kurz denken, wo ich da in welcher Richtung ich da bin. Ich bin noch nicht fertig mit Denken. Ja, ist gut. Okay. Ich wurde letztens gefragt in den Kommentaren, ob wir bei Stadt, Land, Fluss wirklich so schnell waren oder ob ich geschnitten habe, weil es mir zu langweilig war. Und ich habe natürlich geschnitten, weil die meiste Zeit war einfach nur Stille. Oder man hat nur so ein Stiftekratzen gehört. Und dann dachte ich mir so, keiner will das hören in einem Podcast. Deswegen habe ich es dann ein bisschen gekürzt. Ich hoffe, das war okay für euch. Also kein Druck. Wir waren nicht so schnell, wie es aussah in der Folge. Wie es sich angehört hat. Nur mal so jetzt beim Denken. Ja, genau. Weil Amber gerade eine Denkpause brauchte. Ja, ja. Das stimmt. Okay. Bist du soweit? Ja, ich habe es. Okay. Eins, zwei, drei. Dementor. Na super. Was haben denn Greyback und Dementoren am Hut? Okay. Warte, warte, warte. Was ist das? Warum hast du denn schon was? Greyback und Dementor. Ist dein Bild eingefroren? Nee. Ah, nee. Okay, du bewegst dich. Das bewegt mich noch nicht. Mir fällt aber auch nichts ein. Greyback und Dementor. Das ist ja voll schwierig, ey. Okay, ich weiß. Eins, zwei, drei. Woldemort. Woldemort. Woldemort, ja. Okay, wir haben Woldemort und Lupin. Ich weiß was. Eins, zwei, drei. Peter Pettigrew. Was? Ja. Wir gehen einfach komplett in die andere Richtung immer. Also wir haben jetzt Peter Pettigrew und Dumbledore. Ja, okay. Okay. Eins, zwei, drei. James Potter. Gryffindor. James Potter und Gryffindor. Wir kommen langsam näher. Ich bin mir nicht sicher. Und wir sind ganz schön weit weg von den dunklen Künsten. Ja, das stimmt. Ich hab was. Ich hab was. Ich hab schon zuerst gesagt, ich hab was. Ach so. Ja, das hör ich immer nicht. Eins, zwei, drei. Quidditch. Serious Black. Och. Was haben denn Quidditch und Serious Black am Hut? Gar nichts. Merkst du eigentlich, dass wir im Kopf gar nicht gleich ticken? Ja. Wir entfernen uns immer weiter. Ja. Wir waren mal kurz vor knapp. Und dann haben wir uns komplett in verschiedene Gegensätze entwickelt. Wir haben jetzt Quidditch und Serious Black. Ich nehm jetzt was. Ja. Ich mach jetzt was, ich im Kopf hab. Ich mach was Wildes. Das ist am besten. Okay. Eins, zwei, drei. Harry Potter. Regulus Black. Och. Jetzt weiß ich aber, jetzt weiß ich aber, war das leicht. Komm. Harry und Regulus? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Dunkle Höhle. Was? Creature. Aber da ist auch eine dunkle Höhle. Oh mein Gott. Die dunkle. Also was haben wir jetzt? Creature und dunkle Höhle. Ja, das ist easy. Ich weiß was. Ja. Eins, zwei, drei. Inferi. Oh mein Gott. Was haben denn Inferi und das Medaillon miteinander gemeinsam? Wie dumm kann man denn sein? Das ist eine ganz kurze Runde Legilimens. Du kannst einfach so gut Oklomentik. Ich kann nicht in deinen Kopf gucken. Ja. Ich bin Profi. Ich bin quasi Snape. Oh, ich weiß. Oh, das ist richtig gut, was ich hab. Okay. Aber es ist um 500 Ecken gedacht. Ich hoffe, du denkst auch um 500 Ecken. Nein. Eins, zwei, drei. Kälsch zum Trinken des Tranks. Oh Mann. Oh Mann. Nein, pass auf, aber Mandang des Spletscher hat sich mal als Inferi verkleidet und er hat das Medaillon verkauft. Das stimmt. Antonia, wie soll ich denn da drauf kommen? Also, ich hab jetzt hier den Trank, mit dem man den Trank trinkt. Was? Ach, den Kelch, mit dem man den Trank trinkt, genommen. Was hat der mit Mandang des Spletscher zu tun? Vor allem, das ist eigentlich nur diese komische Muschel da, oder? Ja. Was hat dieser komische Kelch mit Mandang des zu tun? Ja, eigentlich nichts. Ich glaub, wir haben verloren. Ich glaub auch, ich glaub, da können wir uns nicht rausmanövrieren. Wir haben noch nie verloren. Ey, aber das mit Mandang des, es war eine gute Nummer. So viel war unterhaltsam. Ach, das ist so lustig. Das ist leider nicht geschafft. Aber ich bin nicht zufrieden damit, wenn wir jetzt mit einem Fail, die, ähm. Dann müssen wir jetzt was Einfaches nehmen. Okay. Wir könnten Hufflepuff nehmen, weil wir haben schon mal Gryffindor gemacht. Hufflepuff gibt's nicht so viele. Aber egal, wir machen Hufflepuff. Ja, das ist ja auch gut, weil sonst sind wir wieder sonst wo. Okay. Shell Cottage. Okay. Ähm, okay. Eins, zwei, drei. Zachary Smith. Ach so. Okay, super. Cedric und Zachary Smith kennen sich, glaub ich, nicht, weil Zachary taucht erst auf, als Cedric schon tot ist. Okay, ich hab trotzdem was. Ja. Eins. Zwei. Drei. Harry Potter. Oh. Okay, aber das ist gut. Harry Potter und Quidditch. Ja? Ja. Okay. Eins. Zwei. Drei. Schnatz. Oh Gott. Wir sind voll gut. Ja. Ich bin richtig begeistert. Den Fail mit den dunklen Künsten vergessen wir immer wieder. Ja, genau. Wir nehmen den Hufflepuff. Ja. Aber ich fand's sehr lustig. War doch schön. Ich auch. Ja. Dann sind wir am Ende, ne? Genau. Schreibt uns auf jeden Fall, welchen Charakter ihr euch wünscht für die nächste Schokofroschkarte. Denn damit geht es ja auch in der nächsten Woche weiter. Ganz genau. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und wenn ihr uns so liebe Kommentare auf Spotify und YouTube und Apple Podcast hinterlasst. Und Instagram natürlich. Natürlich. Dann macht's gut. Tschüss. Und jetzt kommen die Outtakes. Sagen wir das so? Oder sagen wir, und wir sind hier beim Chokotrutsch. Ne, ich sag das. Ach so. Wir sind auf Seite 10. Relativ. So weit sind wir schon. Also oberes Drittel. Der erste richtige Absatz, wo steht Mom und Dad sind jetzt getrennt. Irgendwie hatte er Mitleid mit ihm. Sag mal so nach 10, 15 Zeilen ungefähr. Hier, bei mir ist irgendwas mit Scrumge. Dann haben wir unterschiedliche Seitenzahlen. Also Professor McGonagall hat gerade rausgehauen. Sinistra ist tot, genau wie Slughorn und Vector. Und Professor Sprout hat das auch erwischt, sagte Professor McGonagall traurig. Und dann Slughorn und Sprout rief Harry überrascht. Und dann kommt dieser große Abschnitt und danach kommt Mom und Dad sind jetzt getrennt. Wie hast du Mama geschrieben? M-U-M. Mom. Mumsi. Bei mir sind Mom und Dad gerade gestorben. Gestorben? Ja, aber ich bin auf Seite 23. Das kann ja nicht sein. Nicht jetzt spoilern. Warte, wer ist gestorben? Naja, getrennt. Such mal nach getrennt. Das ist doch ein viel selteneres Wort als Mom und Dad. Mom und Dad sind jetzt getrennt. Ich hab's. Juchu. Das ist bei mir Seite 11. Ah, okay. Dann ist irgendwas schief gelaufen. Und das ist irgendwie dicke. Kann das sein? Der Satz ist dick. Kann das sein, dass ich das markiert habe? Ja, du hast es markiert. Siehst du? Dummi. Du bist schlau. Ja, siehst du. Ja, aber ich bin nur dann schlau, wenn ich mich auch daran erinnere, dass ich das gemacht habe, weil sonst hätte ich mir das auch sparen können. Ja. Aber jetzt kannst du es dir merken, dass du es fürs nächste Mal dann auch wieder machst. Dann erinnere ich dich dran. Ja, ganz genau. Okay. Ich bin super verwirrt. Ganz kurz. Ja. Hä? Er stapft in sein Zimmer. Ach nee, Dudley stapft in sein Zimmer. Ja, ja, genau. Oh mein Gott, diese Pronomen. Ich bin so verwirrt gewesen. Ich dachte, hä, Harry sitzt in seinem Zimmer und kann die Garderobe sehen? I'm so confused. Aber jetzt hab ich es gerafft. Okay, Dudley ist in seinem Zimmer. Harry sitzt auf der Treppe. Und jetzt kommen die Leute raus. I got it. Okay. Und sofort fiel ihm ein, dass er nicht mehr lange gelacht hatte. Und warum? Nee, da steht da nicht, dass er lange nicht mehr gelacht hatte. Ach so. Lachen ließ er sich aus. Wieso, was hab ich denn gesagt? Dass er nicht mehr lange gelacht hatte. Das ist halt ein Kurzlacher. Der macht halt nicht so lange. Das ist auch so geil, wie so ein, wenn man ein Wort verschiebt, was für einen anderen Sinn dieser Satz plötzlich hat, ne? Also ich probier's jetzt einfach nochmal. Wie hat Hagrid nochmal gesprochen? Hallo Harry. Aber hat Hagrid überhaupt schon mal gesprochen? Nee, der hat schon mal einen Brief geschrieben zum Geburtstag, ne? Ach nee, das ist der Brief zum Geburtstag. Nee, Hagrid hat noch nicht gesprochen. Ja, dann such dir mal was aus. Hallo Harry. Was? Soll ich es sagen, also aus Lütteln? Nein. Es ist misslungen. Ich finde das jetzt dein Ernst gewesen ist. Also ich kann jetzt nur so sprechen wie Dumbledore. Also tief. Hallo Harry. Na, das ist vielleicht ganz gut. Ja, das ist doch ganz okay. Ja. Lieber Harry, wir wissen, dass wir die heute schon mal geschrieben haben. Aber Ron und ich, ach, das ist Hermine, die das sagt. Okay, warte. Lieber Harry. Lieber Harry. Wir wissen. Er sagte außerdem noch, dass er das. Die Katze ist gerade im Katzenklo. Und das schaue so laut. Lecker. Er sagte aus. Ilse. Hast du es? Ist es verbuddelt? Er. Es ist ja spannend, wenn du so gähnst. Das ist so voll. Volle vor zehn. Also ich glaube, ein oder, also einen Fall kriegen wir, also zwei kriegen wir bestimmt noch hin. Je nachdem, wie schnell wir lesen, auch drei. Hey, wir kriegen safe mehr hin. Wir sind beim ersten Kapitel erst. Es gibt fünf Kapitel. Aber bei mir geht es bis Seite 24. Ja, das ist nur das erste Kapitel, was ich dir geschickt habe. Ach so. Ja, dann. Ich habe dir nur das erste Kapitel geschickt. Okay. Also wir sind noch drei Jahre beschäftigt in unserem Tempo. Also kein Problem, Leute. Wir brauchen noch gar keine Lösungen suchen. Wir haben noch Munition ohne Ende. Also ich freue mich. Amba, es sind 80 Seiten oder so. Ich habe nur das erste Kapitel. Naja, du hast nur das erste Kapitel. Dann weiß ich jetzt. Okay. Ja, okay, passt. Aber es dürfte bald vorbei sein, ne? Ah, okay. Nee, es ist noch nicht lange nicht vorbei. Um jottes Willen, was kommt denn da alles? Ich muss mich kurz kratzen. Okay. Hast du schon? Ja. Ach so, ich habe schon längst okay gesagt. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe was. Wenn wir noch drei Stunden warten können. Ich starre hier so in der Gegend rum. Ich dachte, du überlegst jetzt doch nochmal. Nein. Ach so. Okay. 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 Vielen Dank.